Es wird heiß. Es wird ganz heiß. Sie sind super nervös dahinten. Das sehen wir. Wir sind gespannt, wer es am Ende macht. Hier die Plutens haben den besten Start. Der Wienerholz kommt rausgekriegelt. Die Rennrätten sind immer eine Reihe. Die Rennrätten sind immer eine Reihe. Der Wienerhund ist immer eine Reihe. Die Rennrätten sind immer eine Reihe. Die Rennrätten sind immer eine Reihe. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist noch ein Fluder. Für die Rennrätten, der ist draußen. Jan Linde ist draußen. Von B und US-Team. Der Wienerhund ist nicht mehr nahbar. Die Rennrätten sind immer eine Reihe. Der Wienerhund ist immerhin in die Führung. Es sind alles in Ordnung bei den 7.20 Blitzern. Ajaiaiaia. Das ist der Wahnsinn auf vier Rädern. Favoritensteiger, Favoritersteiger zwischen 143 Platzklasse, Leider freundlich. Und die Karte aus der Badding-Tag. B1E ist nicht mehr dabei. Bis wieder 1915 ist nicht mehr dabei. Und Locke, Robby waren von den anderen auch nicht mehr dabei. Daniel Holtz macht besinnen. B1E ist nicht mehr dabei. FKT Racing FC.